Herzlich Willkommen! Nach einer gefühlten Ewigkeit bin ich endlich am Wasser und an meinem Hausgewässer. Eine kleine Rinne mitten in Deutschland. Womit möchte ich diesmal angeln? Mit der abgewandelten Montage, die ich euch letztens vorgestellt habe und auch mit Ziehbooms. Also ich greife nochmal das Thema von letztens auf. Wie ich da vorgehe, erfahrt ihr in diesem Video. Als erstes werden wir zusammen die Montage binden, Schritt für Schritt, Step by Step, getreu dem ZEG Fishing Slogan. Was brauchen wir? Wir brauchen eine 20 Gramm U-Pose. Wir brauchen Mr. Wallahawk in der Größe M und wir brauchen Mr. Wallahawk in der Größe S. Dann vernünftige Wirbel, kleine vernünftige Wirbel. Tube und in meinem Fall ca. 1,20 m lange Hartmono von 0,80 mm bis 1,2 mm, 1,3 mm ist da wirklich euch überlassen. Wenn es darum geht Frequenz zu machen, hat die Erfahrung bei mir gezeigt, dass unten der Haken etwas kleiner sein sollte. Dass auch kleinere Fische noch gut den Haken inhalieren können. Natürlich nicht zu klein, weil es kann ja immer sein, dass nur ein großer einsteigt. Als erstes, wie beim Karpfenangeln, habe ich auch schon so oft gezeigt oder auch beim Ballerangeln. Von der Hakenspitze nach oben raus und dann fangen wir ganz locker fluffig an, ein paar mal rumzuwinden. Manche sagen da 5, 6 Umdrehungen, ich zähle da gar nicht mehr mit, weil die ganze Sache ist nachher so fixiert, da geht auf gut Deutsch fast gar nichts auf. Eigentlich hätte ich noch nie gehabt, ne? Schön stramm ziehen. Wie hat der Herr Müller das jetzt gemacht? Ihr seht, es ist eigentlich alles easy peasy. Also wie beim Karpfenangeln, oben hier rein, da raus, ranlegen. Hier ist der Bogen, wo kein Knick ist, wo es nicht endet. Da wickeln wir zuerst rum und dann machen wir 5, 6 Umdrehungen. Wie gesagt, ich zähle da gar nicht mehr mit. Und jetzt gehen wir von oben Richtung Hakenspitze wieder raus. Passen auf, dass wir keinen Knick rein machen. Und ziehen das schön fest. So ist es im Prinzip. So, also der kleinere Haken ist unten. Dann nehme ich mir etwas Tube. Das Tube bezeichnen viele dafür, damit es sich hier nicht auflösen kann. Aber ich verwende es mehr oder weniger, damit ich den Haken, den untersten Haken, auch eine leichte Führung geben kann. So, bei dicker Mono seht ihr, dass ihr extrem aggressive Knicks drinne habt. Und bei kleinen Fischen ist das nicht immer vom Vorteil. Und dadurch, dass ich den Tube dann etwas länger lasse, verringere ich den Knick. Und die Erfahrung bei mir hat gezeigt, wenn es darum geht, kleinere Wallis zu überlisten, ist so ein fast gerades Vorfach am letzten Haken der Erfolgsbringer. So, dann die Größe M. Ihr könnt auch andere Haken nehmen. Wenn ihr mitbekommt, dass da ganz viele kleine Wallis unterwegs sind, dann nehmt ihr ruhig die Größe XS. Ja, und als obersten Haken die Größe S. So, und jetzt will ich mir einen schönen Abstand und schätze das ein, wie viel, wie lang die Würmer runterbammeln. Ja, und binde das wirklich auch bewusst versetzt. Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf. Zack. Ihr seht, es wird ein richtig kurzes Vorfach. Festbinden. Zack. So sieht das aus. Ja, und das ist im Prinzip die H-Montage, die euch unser Mr. Waller gezeigt hat, nur etwas verlängert. Jetzt noch mal ein bisschen Tube drauf. Und bei dem Tube hier, bei dem letzten, es kann ja immer ein großer einsteigen. Da ist für mich wichtig, dass das hinten frei bleibt. Damit es einen aggressiveren Greifeffekt hat. Falls wirklich ein großer einsteigt. So, dann war ich schon fast fertig. Ich mache jetzt den Stopper. Ja, einmal so durchgefädelt. Zack, gezogen. Zack. Fest. Die U-Pose. Jetzt noch mal ganz langsam durch. Und dann praktisch gleich noch mal durch. Und dann habt ihr schon den Stopper fast fertig. So, gehen wir noch ein bisschen weiter runter. Zack. Zack. Fertig. Ja, so sieht die ganze Sache aus. Dann brauchen wir einen vernünftigen Wirbel. Bitte kauft euch keine großen Wirbel. Also, ich sage mal, diese hier sind schön klein und haben eine Tragkraft von haltet euch fest. 185 Kilo. So, wie machen wir das hier? Einmal durch. Ja. Noch ein zweites Mal durch. Zack. Zweimal durch. Also, wie beim Stopper. Ja. So, jetzt einmal einmal durch. Und noch ein zweites Mal. und schon mal ein bisschen ziehen. Und ihr seht, es bildet sich dieses komische Auge, was sie alle immer haben wollen. Das ist aber bei kleinen Fischen gar nicht nötig. Aber man weiß ja nie, was wirklich unterm Strich nachkommt. Und da mache ich einfach einen doppelten Knoten. Man könnte jetzt auch einen Achterknoten nehmen. Aber ist total überzogen. Ja, und für das Bauchgefühl das letzte Stück hier nochmal ein bisschen angesenkt. Zack, zack. Breit gedrückt. Das verhindert dann, wenn es doch aufrutschen sollte, dass hier ein Widerstand ist. Genau. An diesen Knoten. So. Ihr seht, wie kurz dieses Vorfach ist. Ja. Also ich sag mal, von der U-Pose bis zum Wirbel sind es vielleicht 60 cm oder 70 cm maximal. Ja. Das wähle ich aber wirklich gewusst, um in Grundnähe zu fischen und ja, die kleineren abgreifen zu können. Wenn ich an meinem Hausgewässer unterwegs bin, habe ich auch immer eine Stationärrolle dabei, wirklich umwerfen zu können. Dann ist nämlich ganz primär Werfen bei mir angesagt. So. Ich hoffe ja, dass wir, wenn der Erfolg weiter so bleibt, auch irgendwann eine Stationärrolle haben. HR 20 ist super im unmittelbaren Bereich zum Werfen oder zum Auslegen auf riesengroße Distanzen. Aber wenn es wirklich darum geht, ja, zu werfen, 70, 80 Meter oder so, kommen wir dann an die Grenzen. So. Wie geht es jetzt voran? Weiter. Als erstes ein Ziehboom. Ganz einfache, schnittere Denkz-Ziehboom. Und jetzt zu diesem Punkt muss man sich im Klaren sein, was möchte man? Möchte man eine gestoppte Montage haben, eine feste Montage oder möchte man den Anhieb selber setzen können? Und ich bin da der große Freund, dass ich den Anhieb selber setzen möchte. und hat sich auch gezeigt, wenn große Fische sind, die ziehen ganz langsam voran. Das macht dann richtig Spaß. Also ihr müsst euch jetzt im Klaren sein, wollt ihr stoppen oder wollt ihr nicht. Wenn ihr stoppen wollt, dann macht er hier einfach nochmal einen Gummistopper mit drauf. Ich möchte es freilaufend haben. dann binden wir jetzt ganz einfach mal den Haken, das Vorfach ein. Da mache ich auch keine Wissenschaft draus. Zack. Zack. Die Knoten habe ich auch schon so oft gezeigt. Zack. Zack. Reicht aus. So. und dann wieder fürs Bauchgefühl. Wohin, hatte Müller das Feuer gelassen. dein. Ah, genau. So, dann wieder fürs Bauchgefühl. Zack. So sieht es aus. zack. Eingehangen. So, das ist eine freilaufende Montage. Ja. So, mehr ist es wirklich nicht. Die bestücken wir jetzt schön mit Kalamaris und Tauwürmern. Warum mache ich wirklich bloß zwei Würmer drauf? Viele würden sich jetzt an den Kopf fassen. Warum nur so wenig? Wenn ich über Nacht die Montage draußen habe, dann kommt da mehr. Dann nehme ich nochmal so eine Tentakel und pique die rüber, damit die Würmer sich nicht runter fubbeln. Und hier unten, das ist der wichtigste Haken, da kommen so drei, vier Würmer rauf. Wichtig ist immer prüfen, ob alles schwimmt, aber da sind so wenig Taubenwaden dran. Das schwimmt schön verführisch. Ihr wart die Anbeißstelle mehr oder weniger. Den Wurm, der da überhängt, den werde ich noch ran machen. Dieser Wurm den picke ich noch mal drauf. Das ist ein richtig schönes kompaktes Paket. Warum geht denn da eine Steinpackung los? Jetzt müssten die Alarmglocken losgehen. Die Steinpackung ist nicht ohne Grund da. Die ist da, weil der Fluss permanent Sediment weg trägt und dort ist eine Rinne. Dort lohnt sich wirklich mal mit dem Echolot lang zu gucken, ob es wirklich tiefer wird. Ich weiß aus Erfahrung dort sitzen viele kleine Wallis. Das ist die Kinderstufe an diesem Fluss hier. Da werde ich jetzt rüber werfen genau vor dieser Kante. Ihr müsst euch vorstellen, da geht die Steinpackung los und sie geht bis da unten runter. Das muss man sich alles so abmessen und vor allem mit dem Echolot gucken. Nichtsdestotrotz die Routen gehen da raus. Also ihr seht, es ist ein riesengrohter Unterschied. da da ist überall Schilf das ist für die Nacht sehr gut solche Schilf Region jetzt wo die Fische laichen da jagen die großen Fische rein und suchen sich die Futterfische das ist so eine Stelle für die Nacht aber jetzt für den Tag definitiv für die kleineren Frequenz Fische sage ich mal werde ich jetzt diese Stelle beangeln so das war schon plumps angeln Bremse so eingestellt dass Schnur genommen werden kann mit relativ wenig Abzug ich habe auch keine Glocke oder irgendwas der gleichen dran weil es mitten am Tag ich werde vor der Rute sitzen bleiben und dann werde ich schön den Anhieb setzen wenn was kommt das Köderpaket ist auf einer richtig guten Stelle gelandet das heißt für mich warten und hoffen und ich werde in der Zwischenzeit federn und das Phänomen ist bei kleineren Wallis den stört dieser Lärm gar nicht den ich jetzt hier beim treten und beim federn mache und wenn ich genug köderfische für die nacht dann habe dann werde ich zusammen packen und weiter fahren und hoffen dass das Köderpaket da unten jetzt schön arbeitet und wirkt und die Geruchs und die Geschmacksstoffe mit der Strömung mitgetragen werden und vielleicht einen kleinen Wallis zum Biss an Boz bis 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 b bis 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 zum nächsten Mal. Da ist der klein. Ah, ist das geil. Ehrlich gesagt, ich bin jetzt ein bisschen sprachlos, dass es wirklich jetzt funktioniert hat, so wie ich es praktisch gesagt habe. Aber zum Hintergrund für euch, es funktioniert nicht immer so. Wie oft ich irgendwelche Videos anfange und dann kein Erfolg habe, das ist die andere Sache. Also da gibt es genug Schneidertage. Aber heute, danke Petrus, also danke. In diesem Sinne, bleibt alle gesund. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also nehmt diesen Ratschlag von mir an. Und wie gesagt, der ein oder andere Fisch wird extra kommen und auf der Haben-Seite verbucht werden können. In diesem Sinne, wir sehen uns. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020